Ein Spuckschutz, selbst hergestellt aus einem Schnellhefter. Man benötigt dafür 2 Minuten, eine Schere, 6 Heftklammern. Der Spuckschutz für Corona-Tage. Man kann damit gut sehen, frei atmen und sprechen, aber die Tröpfchen, die man ausstößt, fliegen nicht ungebremst umher und er schützt vor direktem Tröpfchenflug. Die Karwoche führt uns eine Welt ohne Spuckschutz vor Augen. Gott liefert sich denen aus, die ohne Spuckschutz auf ihn losgehen. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen. Die Karwoche zeigt, Gott hat den geschützten Bereich des Heiligen verlassen. Der Glaube an den Auferstandenen aber stattet mich aus mit Spuckschutzfunktion. Ich erkenne die Gefahrten der Welt, die mich umgibt, sehr wohl. Kann alles sehen und wahrnehmen und weiß mich dennoch sicher und bewahrt. Gleichzeitig hat dieser Glaube auch die Funktion, die anderen zu schützen vor dem, was an unguten Gedanken in mir aufsteigt oder aus meinem Mund kommt. Ich erkenne die Gefahrt.